Georg Satzinger ist ein deutscher Kunsthistoriker. Satzinger studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Germanistik an der Universität Tübingen, wo er 1988 promovierte. Seit 1997 lehrt er als Professor an der Universität Bonn, von 2005 bis 2013 war er erster Vorsitzender des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker. Seit 2011 ist Georg Satzinger ordentliches Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Architektur und Skulptur der italienischen Renaissance, die Architektur in Süddeutschland im 18. Jahrhundert und die Druckgrafik des 15. und 16. Jahrhunderts Auszeichnungen. 1992 Hans Janssen preist zur Förderung der Forschungen auf dem Gebiet der Europäischen Kunstgeschichte der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Punkt. Schriften. Antonio da Sangallo der Ältere und die Madonna di San Biagio bei Montepulciano. Basmut, Tübingen 1991 ISBN 3-80301910-9. Bolter sah Neumanns Kuppelentwürfe für die Abteikirche Münster-Schwarzach zugleich ein Beitrag zum Thema Neumann und die Tradition. In. Zeitschrift für Kunstgeschichte. Band 55, 1992 S. 413-445. Michelangelo's Cappella S. Forza in. Römisches Jahrbuch der Bibliotheka Herziana. Band 35, 2003-204 S. 327-414. St. Peter Zentralbau oder Longitudinalbau-Orientierungsprobleme. In. Georg Satzinger, Sebastian Schütze. St. Peter in Rom 1506-2006. Beiträge der Internationalen Tagung vom 22. 25. Februar 2006 in Bonn. Hirmer, München 2008 S. 127-145. Michelangelo und die Fassade von San Lorenzo in Florenz zur Geschichte der Skulpturenfassade der Renaissance. Hirmer, München 2011 ISBN 978-37774-32113. Aufmerksamkeit der Fassade von San Lorenzo aus. Aufmerksamkeit der Fassade von San Lorenzo in Florenz. La Fassade von San Lorenzo in Florenz. Untertitelung des ZDF, 2020